Wir haben uns mal wieder ein Gerät gekauft. Aktuell handelt es sich um einen Joghurt Maker der Firma Klarstein. Bei uns ist es das Modell 10011602. Das Gerät hat 21 Watt, hat ein Fassungsvermögen für 12 Gläser. In jedes Glas sollen laut Herstellerbeschreibung 210 Millimeter reinpassen. Ich werde das gleich mal ausmessen. Ich habe es selbst noch gar nicht gemessen. Das Kabel, was daran ist, habe ich gemessen, sind 80 Zentimeter. Ja, es ist einfach strukturiertes Gerät, auch einfach in der Handhabung. Hat nur zwei Knöpfe. Links ist der Timer-Knopf. Da stellt man die Zeit ein. Durch mehrfaches Drücken werden die Stunden eingestellt und dann einfach rechts auf Start und dann geht es los. Wir haben schon mal Joghurt gemacht, deswegen habe ich auch nur so wenige Gläser drin. Wir haben auch schon die erste Erfahrung gemacht. Wir haben statt acht Stunden, die wir einstellen sollten, haben wir neun Stunden eingestellt. Wir haben ein bisschen Milchpulver zugefügt, also Kaffeeweiserpulver in die Milch mit den Joghurtkulturen. Die Joghurtkulturen haben wir einfach aus dem Supermarkt geholt. Bio-Joghurt. Und der Joghurt, der dann geworden ist, der war schön mild, stichfest. Hat sehr gut geschmeckt. Wie gesagt, die anderen Gläser sind noch im Kühlschrank. Da ist noch Joghurt drin. Die haben wir schon gegessen. Und ich teste jetzt mal, ob hier wirklich 210 Milliliter reinpassen. Schnell schütten und ohne was zu verlieren. Und es sind 210 Milliliter da. Ziemlich genau. Das mal zwölf. Also kommt eine ordentliche Menge Joghurt zusammen. Das Gerät ist so. Ganz gut verarbeitet. Zweckmäßig. Kunststoffdeckel. Edelstahlumrandung. Der ist Kunststoff. Wie gesagt, Verbrauch 21 Watt. Einziger Nachteil, den wir bis jetzt schon entdeckt haben, sind die Deckel. Die Deckel haben keine Innendichtung. Es sind einfach nur Kunststoffdeckel. Die werden so mitgeliefert. Und dann ist genau das, was ich befürchtet habe, eingetreten. Man kann sie noch so fest zuschrauben. Also ich hatte sie doch durchaus fest zugeschraubt. Aber ich habe heute einen Joghurt mit zur Arbeit genommen. Und hatte den Gott sei Dank in eine Kunststofftüte eingepackt. Aber es ist Kondensat ausgetreten. Also die Kunststofftüte war von innen relativ feucht. Und es war auch so eine saure Feuchtigkeit. Also die roch sehr sauer, yoga-typisch halt. Und das möchte man natürlich nicht in der Arbeitstasche, in der Schultasche, im Rucksack haben. Da wünschte ich mir schon, dass die Gläser besser abgedichtet wären. Ja, das ist das einzige Manko, was wir bislang festgestellt haben. Ansonsten erfüllt das Gerät durchaus seinen Zweck. Es hat 43 Euro gekostet. Wir haben es im Internet bestellt. Die Deckel, dadurch, dass die Deckel nicht gut abgedichtet sind, haben wir uns aber schon mal weiter informiert. Und haben uns noch ein Gerät gekauft, weil wir relativ viel Joghurt essen. Wir sind eine fünfköpfige Familie und Joghurt geht bei uns sehr gut weg. Und heute kam das neue Gerät an von der Firma Rommelsbacher. Und das haben wir uns deswegen geholt. Auch, weil das Gerät Gläser hat mit einer Gummidichtung, die keine Flüssigkeit verlieren sollen. Da haben wir noch keine Erfahrungswerte. Da werde ich nochmal nachberichten.